Sind wir schon da? Wir biegen gerade in die Straße ein. Es ist das letzte Haus links, falls du es vergessen hast. Es ist meilenweit das einzige Haus, Dad. Braucht ihr heute den Wagen? Ich dachte mir, ich treffe mich mit Paige. Viel Spaß. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Paige. Das ist Mary. Hi. Worauf hast du heute Abend Lust? Ich finde, unser Justin könnte ganz niedlich sein. Guten Abend. Du weißt, dass du niemanden mitbringen sollst. Was ist los? Wir sind auf der Titelseite. Das ist los. Wir haben damit nichts zu tun. Tut mir leid, Ladies. Oh mein Gott. Wir können das nicht riskieren. Nein, 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 nein. Bitte, Hilfe. Das sind zwei bezaubernde Mädchen, Justin. Bringt sie zurück. Erwischt. Die ist erledigt. Und jetzt? Ich habe da hinten ein Haus gesehen. Wir hatten eine Autopanne. Wir hatten heute wohl ganz schön Glück. Dass wir ihr Haus gesehen haben. Da wäre nur ein Problem. Unsere Tochter bringt das Auto erst morgen früh zurück. Am besten übernachten Sie einfach hier. Wir haben ein Gästehaus. Hast du das gehört? Mary! Sie wurde angeschossen. Kannst du uns sagen, wer das getan hat? Was machen wir jetzt? Wir haben kein Auto. Das Telefon geht nicht. Und Sie sind immer noch hier. Wir müssen also bereit sein, alles zu tun. Und Sie sind immer noch hier. Willst du hören, was ich mit deiner Tochter gemacht habe? Ich will hören, wie du um dein Leben bettelst. Was soll das? Ich kann mich nicht bewegen. Du bist vom Hals abwärts gelähmt. Ich hatte kein Klebeband oder ein Seil.